Egal, ob du bereits Profi bist oder gerade erst mit dem Kochen anfängst, du brauchst eine Auswahl an Kochgeschirr, mit dem du so ziemlich alles zubereiten kannst. Bevor du überhaupt mit dem Kochen anfängst, solltest du dir zwei Fragen stellen. Was willst du zubereiten? Welchen geschmacklichen Charakter und welche Zusammensetzung soll die Mahlzeit haben? Dann ist es ganz einfach, das beste Kochgeschirr für die jeweilige Aufgabe zu wählen. Okay, als erstes haben wir da Antihaft-Kochgeschirr, die Grundlage einer jeden guten Kochgeschirr-Auswahl. Es ist das Allround-Talent für empfindliche Speisen und Eintopfgerichte oder wenn man schnell mal etwas kochen will. Und es lässt sich super einfach in der Spülmaschine reinigen. Unser Brilliance Antihaft-Kochgeschirr umfasst alle grundlegenden Produkte und Funktionen, die du für das tägliche Kochen brauchst. Seine hochwertige Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich das Gargut leicht löst. Die neutrale blaue Antihaft-Beschichtung sieht in jeder Küche gut aus und es kann auf allen Herdarten inklusive Induktion verwendet werden. Als nächstes kommen die Edelstahl-Antihaftpfannen. Diese Pfannen sind ideal geeignet zum Sortieren, Anbraten von Fleisch, Fisch und Gemüse sowie für die Zubereitung schmackhafter Soßen. Das sind die Aufgaben, bei denen Edelstahl wirklich glänzt. Diese Pfannen kombinieren die besten Eigenschaften von Edelstahl mit der einfachen Handhabung von Antihaftpfannen. Sie sind so robust, dass du sogar Metallutensilien darin verwenden darfst. Dank Antihaftbeschichtung lassen sie sich mühelos reinigen und sie sind spülmaschinenfest. Und schließlich gehört Gusseisen zu dem Kochgeschirr, das jeder haben sollte. Für Gerichte, die eine hohe, gleichmäßige Hitze erfordern, ist Gusseisen die beste Wahl. Unsere Gusseisen-Kollektion eignet sich perfekt zum krossen Anbraten von Fleisch sowie zum Braten und Backen. Aufgrund seiner Dichte speichert Gusseisen die Hitze, auch wenn die Temperatur des Ofens, des Grills oder des Herdes schwankt. Einer der größten Vorzüge von Gusseisen ist seine Vielseitigkeit. Es kann auf dem Herd, im Backofen, unter dem Backofengrill, auf dem Grill und sogar im Lagerfeuer verwendet werden. Für All-in-One-Gerichte, die ich direkt im Topf serviere, ist emailliertes Gusseisen mein Favorit. Es bietet dieselben Eigenschaften, die man von eingebranntem Gusseisen kennt, also gleichmäßiges Garen und Hitzespeicherung. Darüber hinaus lässt es sich dank der Emaillierung einfach in der Spülmaschine reinigen und muss nie eingebrannt werden. All unsere Gusseisenprodukte verfügen über stabile Griffe, die das Tragen der Töpfe und Pfannen ganz einfach machen, auch wenn sie mit Speisen gefüllt sind. Das sind sie also, die drei Arten von Kochgeschirr, die man in jeder Küche braucht. Antihaft, Edelstahl-Antihaft und Gusseisen. Mit diesen drei Arten von Produkten kannst du unendlich viele Gerichte zubereiten. Viel Spaß beim Kochen!